Kultur ist für mich zusammengefasst das, was der Mensch macht. Und jeder macht etwas anderes, jeder versteht darunter etwas anderes. Und das ist so breit gefächert, das ist so eine unglaubliche Vielfalt, dass man nicht sagen kann, Kultur ist genau das. Nein, Kultur ist alles das, was der Mensch dann schlussendlich machen tut.